ja und hallo liebe freunde und willkommen hier zurück bei mordor schatten mittelerde ja wir fangen wieder eine neue aufnahme an und leider immer aus dem spiel raus geht fängt man bei dem türmischen an aber na gut was soll es jetzt wissen wir hundertprozentig beim letzten mal war ich bin ich ganz sicher jetzt auf jeden fall letzten seiten wir gollum gefangen und ja wir hatten ein wenig über ihn hier über diese geistergestalt erfahren dass er auch sei jetzt mal durch den schmerz den verlust der familie in dieser geisterwelt gefangen ist gut gucken ob wir hier ein von unseren großen hauptproblemen schaffen überhaupt noch funktioniert überhaupt irgendwie hinbekommen hier ich weiß es nicht hier sind lauter neue aufgaben gott das wird eine nach der anderen wir lassen es erstmal hier wieder springen erst mal runter und gucken mal wurde sind ja wieder die herrschaften hier der nachteil ist dass sie mal dieselben da sind also wenn man denkt sagt jetzt mal das einfach alles fertig pustekuchen es bringt also gar nichts die ganzen urugs hier zu erlegen die wachsen einfach nach heißt man sollte sich mit den aufgaben beschäftigen das war gut gewesen das war ein spruch oder hervorragend sind manchmal von der saal begeistert so haben wir irgendwelche aufgaben die es zu erledigen geht gilt wir können einfach mal in die richtung von barfammer laufen die richtung von barfammer laufen ich stehe in seiner schuld wandel in der geisterwelt ich soll hier wandeln in der geisterwelt ja so ich ihnen erzähle ja gesundheit erneuern brauchen wir momentan nicht haben wir noch genug ich habe schwer nur die hälfte gesehen ja warum sollte ich in der geisterwelt wandeln noch mal ein wenig ist ein benötiges kraut ist in der nähe über lebensherausforderung anzeigen wir brauchen als zu radern töte fünf geflügelte und hier ach so müssen wir machen gut was haben wir hier für ein zeug und dauernd höre ich hier etwas doch wenn ich mich umdrehe ist nichts zu sehen ob ich mir das einbilde das war es nicht gewesen wenn wir doch mal das pflänzchen hier mal etwas kappen hier mal gucken vielleicht ist es eine von diesen pflanzen die wir brauchen fähigkeiten freigeschaltet ist doch alt neu gesperrt liebe freunde da kann ich doch nichts freischaltung der nächsten stufe 33 p was habe ich denn an p ich habe 33 genau ein bisschen was brauchen wir aber noch ja ich bin jetzt barfa soll eigentlich unser ziel sein äh wir können ja mal wer ist denn hier so rot wahrscheinlich gleich hier unten oder können wir hier rutschen komm wir rutschen mal fluppa boin ups eil so aber immer gerne der waldläufer hilft nur wer nur kann soo wir müssen jetzt mal gucken ob wir jetzt irgendwie ich habe keine ahnung wie das am besten machen hier komm doch mal her komm doch mal her komm doch mal her ich wollte hier noch nicht um... nicht umschießen hallo 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 dann sei Waldläufer bitteschön danke bitte ist hier noch jemand oder hier gibt es informationen ah ich kann mir über was über was über was über was über was ist gut ah hier kann man gucken wo er ist hallo muss also irgendwo in dem gebiet sein gar nicht mal so weit entfernt der ist da links der ist auch links den kennen wir schon ah hier haben wir einen neuen sehr schön zurück geh dir da hast du ihn überall willst du was trinken wo ist unser überfa ke da 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 erstmal na Verfolch Aua Was machst du denn hier? Warum hol ich denn hier immer gegen die Dingsrenne? Ja, verzehren wir ihn einfach mal. Ist das einfachste. Geht doch nichts über verzehren. Oh, da sind ein paar mehr. Du kriegst ja auch immer los, Luft. Das dauert eine Weile. Das war mir zu viel. Du musst doch hier hoch. Schön, dass der springt. Nein. Das ist ja nur, warum ich denn hier ruhen. Wenn du vergiftet wurdest, werden deine Konter eingeträgt. Ach so. Also nur hier jetzt die ganzen... Ich brauche hier ein bisschen... Ich drücke jetzt zwei Mal. So wie jetzt finde ich gut hier. Wie gesagt. Aber jetzt überhaupt nicht gut. Das ist gar... Äh. also ich sollte erst mal abhauen ja normal es sind auch noch zwei von diesen fischern das muss ja jetzt nicht sein oder nach oben hier ist hier irgendwo ein bisschen kraut? ich brauche kraut! gib mir kraut! reicht einmal kraut aus? ja! oh 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 kann doch nicht wahr sein dass ich hier irgendwie nicht gebacken bin äh eh 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 ich war zu langsam ich war zu langsam das kippe ich doch gar nicht also ich stelle mich bei dem spiel doch immer noch an wie der erste waldläufer eindeutig was sind diese firma aus silber sie sind lichter die uns im land der schatten führen ja das reicht ja wo alle anderen lichter versagen es sind blasse reflektionen des lichts der beiden bäume und erinnerungen an ein verschwundenes königreich genau so ich möchte mal die Seilrutsche fahren oh was habt ihr hier gerade für ein speed drauf gehabt? der war echt herrlich gewesen eben war er hier noch gewesen sehr schön Problem ist bloß dass ich jetzt hier keine feine mehr habe oh kann man hier noch aufklettern? tatsache zum glück sehen die einen nicht weiß zwar nicht warum aber ich habe dich schon einmal getötet ein zweites mal sollte noch einfacher sein ach da ist ja auch der waffer das ist das neiiiiiin ist das nicht so normal hier? ach da ist ja auch der waffer neiiiin ja klar ja klar oooh das gibt es doch eigentlich hier ich bin doch hier das ist doch nicht normal noch unnächer hier ja oooh also irgendwie muss ich jetzt mal organisatorisch ja du wirkst kränklich lass mich deinen Schmerz lindern für immer ja probier jetzt nu lasst mich doch mal vorbei lasst mich doch mal weg komm mal ich hier hoch natürlich nicht war klar hier kommen wir hoch oder? jaaa sehr schön bloß weg von hier ich muss mal auf die Türme kann man hier flüchten auf die Türme? bringt das was? ja so geh doch mal ich dachte ich kann mich hier selber erneuern aber irgendwie oh man oh man oh man also da muss ich doch nur gewaltig äh lernen um mich da hinzubekommen also habe hier echte Probleme aber ich genäse nach und nach wieder das ist schön so eine Runde runterspringen Dankeschön wir gucken mal ob wir irgendwo noch ein Kraut sehen hier hab wir sehen von den vielen so jetzt check uns erstmal so fast nicht ganz abgehauen aber ein bisschen ist da jemand? nein da ist niemand keiner momentan weiß ich noch nicht wo ich jetzt hier hin muss so wenn ich gesprungen bin und die leertaste dann ah ok gut ich bin doch hier davon aus ihr wisstet schon aber so geh mal hier hoch setze mal hier wieder irgendwo einer rein wir haben den Tag also nicht getötet naja und jetzt können wir ihn wieder jagen und ich liebe eine gute Jagd so einmal weg bitte Dankeschön und hier gibt es ein paar Pfeile das ist gut wird sonst etwas knapp bei mir heute Pfeile ja so können wir die von hier aus von hier oben wäre es schön wenn man wenn man den aufmachen könnte aber das geht nicht ich rieche etwas habe ich mir wohl nur eingebildet zurück an die Arbeit dieser elende Tag schläft seine Beine oh was ist das hier von da hinten kommt einer soll ein verbarbar sein hier ja bin schon wieder nein das kann doch nicht wahr sein nein das war die verkehrte Taste sie werden mich schon bald Hauptmann nennen danke dafür die macht die Leute alle nur stärker oh man oh man bobs also ein verhältnismäßiger wird der mehr getötter als andere ja und Barfalle immer noch unglaublich oh das kann doch nicht auch das kann doch eh wahr sein wer bist du Geist das willst du von mir kann doch ich nicht wahr sein ich habe einen Namen doch ich erinnere mich nicht an ihn die schwarze Hand rief mich von jenseits des Nichts und ich folgte dem Ruf das ist schön für die schwarze Hand so wir müssen ne quatsch wir werden mal gucken nach da da hingehen wir müssen doch wenigstens mal einen einzigen schlagen können hier kann doch nicht sein dass ich gar keinen hier hin bekomme einmal und zweimal ja haben wir noch irgendeine Aufgabe achso ja Wandel in der Geisterwelt sehen wir hier wieder irgendwas irgendeine Medizin momentan erstmal nicht wo ist jetzt mein Ziel finde dein Ziel und markiere es das ist gut finde dein Ziel und markiere es mit V ne hier ist aber nichts ich kann nicht so viel markieren wie ich will ich sehe es nicht aber irgendwann kommt BAFA auf jeden Fall mit Sicherheit irgendwann wieder mal ne kurze Runde vorbei ich gehe erstmal mal in die Richtung wenn wir hier so ein Karadis da mal bauen wir die Straße ein da ab nach oben ja ach ha du mein Freund machen wir hier die Leute krass ist gut erledige mal oh da kommt wieder noch ein zweiter angreifen, halten, aufzählen, beißen ah da ist das nochmal im Teil muss ich ruhig nur einmal beißen das sieht gut aus hier aber ja mein Freund hab ich da gerade etwas gehört denke der beißt das ist schön nach und nach werden wir immer besser hier hier irgendwie in die Richtung Wanner, Wanner ok mein, 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 mein Viechlein ist jetzt tot leider ja sehr gut wie gesagt wann er mal die Sache mit der Hinrichtung ist weiß ich auch noch nicht ich weiß ich weiß ich weiß weiß so in die Richtung äh ein wenig Medizin wäre ganz gut weg so, machen wir ihn eh mal weg hier so ich brauche hier mal ein bisschen ich brauche ein bisschen Medizin wo haben wir hier Medizin hier oben gar nicht identifizieren x sehr gut die wollen wir aber gar nicht haben wo ist denn schon wieder unser anderes Ziel menschenskinder da 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 nein das ist auch nicht buffer da gibt es einen neuen Auftrag hier ist ein Kraut ja hier ist ein Kraut so ein wenig Gesundheitskraut sehr schön wo ist er denn die sind schon wieder alle voll mit den ganzen Bogenschützen die sind haufenweise vor allem hier so ein wenig Mäuschen bitte wo ist denn hier einer da ist noch ein Auftrag ich brauche momentan aber keinen neuen Auftrag sondern ich hätte gerne mal gewusst wo hier mein einer meiner das reicht nein da fehlt wirklich noch ein kleines Witzelchen kann noch nicht wahr sein und alle kannst du dich besiegen hast du deine Lektion nicht schon das letzte mal gelernt was ist denn hier los was ist denn hier los ich kriege doch gleich wieder hier 30 man kann noch nie wahr sein nur weg hier ich töte dich gleich da wo du stehst du bist doch nur eine Made aber wir fast bleiben bleibe ich ja und BAFA ist natürlich ausrechnet er renne noch mal renne 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 sollte sie sein heute zu doch normalerweise jagt ich den leuten angst ein du hast ihn bis umgedreht jetzt dreh ich ihn wieder zurück nooo das ist doch nicht normal wer soll denn gegen diese Masse hier bestehen vor dem waschen links und rechts und kreuz und quer hier damit mich hier die keine Männer hier erhaschen also ich seh nicht gut aus mit Schimmer daran irgendwie bin ich hier nicht firm so ich brauch hier auf jeden Fall erstmal hier Gemüse hier in der Geisterwelt kann ich also nicht klettern und hier kann ich auch nicht klettern und so danke bitte 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 halten für Aufziehung wen haben wir denn hier noch nicht wir haben doch gar keinen hier so also ich bin mal ganz ehrlich es war zwar überhaupt noch nicht mal annähernd eine erfolgreiche Sache ich bräuchte ja ein paar Elbengeschosse selbst der fängt an sich langsam zu erholen Elbengeschosse benötigt oh Wafa ist auch da bin ich da runter hier im Weg für Platt gemacht so finde ich Elbengeschosse es waren bloß Sklaven die mit den Füßen schlafen welche der 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 auch Elbengeschosse vielleicht haben wir hier welche drinnen irgendwo ah 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 hallo grüßer äh angreifen hallo so wieso kann ich den denn nicht so ach richtige Taste finden und dann geht es auch schon Elbengeschosse äh ich finde keiner äh verflucht der Mist ooooh geht immer weiter zurück und krieg immer mehr Saft ich hab keine Elbengeschosse meiii ist das ein Mist aber auch wenn ich da unter hier bin ich so platt gemacht das ist ne Wara Wunder können wir mal gucken einen Versuch mach ich noch ist da was na 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 Tatsache ich hab mal einen besiegt tau ja jajajaja was wer so und jetzt aber rennen ja wir haben mal einen geschafft wir haben mal einen geschafft jawohl es ist selten aber es passiert auch manchmal ich hab mal was geschafft stecken wir uns hier drin und dann ist es gut wunderbar also wir haben eingeschafft ist zwar nicht gerade sehr viel aber nach der zeit aber gut 1 fertig sind noch ein paar nur übrig aber jetzt erstmal nicht ich bedanke mich bei euch fürs zu gucken ich hoffe nach gefallen vielleicht hat euch ein bisschen gefallen wie gesagt irgendwann mal vielleicht etwas firma werde aber momentan stelle ich mich halt noch etwas an okay bis dann tschüss